Ich hatte irgendwie und habe immer noch nicht ganz das Gefühl, dass da gestern alles gegeben wurde, weder auf dem Platz noch neben dem Platz. Und dann Moinzen zum Nachbericht zu unserer 2-3-Pleite gestern gegen den Sportclub aus Freiburg. Die Highlights, dritte, neunte Minute trägt der Doppelschlag von Jong 0-2 in der 28. Also vor der ersten halben Stunde des Spiels fällt das 0-3 durch Höhler. Dann haben wir kurz vor der Halbzeit die 2-3 absolut wahnsinnigen Minuten 1-3 mal Frau Panos in der 45. und 45. plus 2. Das 2-3 auch der Endstand durch Hamadi Al-Ghadoui. Und ja, also im Vergleich zum Startelf-Tipp war das Spiel keine 11 von 11. Man verliert zwei Saisons in Folge, auch mit der Torabfolge genau die gleiche, sein Heimspiel gegen Freiburg mit 2-3. Trotz der Rückkehr vom Kommando Cannstatt war man nach 9 Minuten direkt 2-0 hinten. Doppelpack Jong in der 28. haben wir gesagt Höhler und zack bist du, ne, nach weniger als einer halben Stunde mit 3-0 hinten. Du hast da sehr, sehr schön gepennt, zu weit weg vom Gegner, also die Flankenverteidigung war quasi nicht existent. Vor dem 3-0 muss man sagen waren noch ein paar Chancen da, 1-2 von Klimovic. Ja, der ist aber leider im Abschluss leider noch viel zu ungefährlich. Und wie im Vorbrich gesagt, das war das Spiel schlechthin für Freiburg und von Freiburg einfach hartnäckig und eiskalt gewesen. Dann eben die wahnsinnigen zwei Minuten. Die Mannschaft hat eben doch Moral. 45. Dinos nimmt eben auch die Sache mal kurz selbst in die Hand, geht komplett durch in Entstehung. Ja, zu die Nase ein bisschen glücklich. Aber am Ende sehr, sehr geil. Auch der Ball von Hamadi auf Dinos dann 1-2. Absolutes Tor des Willens. Und dann einfach, man kam in diese kurze Druckphase, diese kurze Hypephase komplett rein. Es kamen ein paar Flankenversuche und dann bringt Endless Ding eben nochmal rein. Und Al-Gadoui nickt ein. Bis dahin war der aber halt auch wie das gesamte offensivspiel recht kalt gestellt. Aber jetzt auch am Ende stehen für ihn wieder zu Buche Vorlage und Tor. Der Kollege erledigt halt trotzdem seinen Job. Aber leider war es dann halt wirklich wie so ein schlechter Filmtrailer, jetzt doof gesagt. In dem schon alle guten Szenen irgendwie drin waren. Und dann wurde vor der zweiten Halbzeit so angeteasert mit diesen zwei geilen Minuten, dass noch was geht, dass noch mehr kommt. War aber einfach nicht der Fall in der zweiten Halbzeit. Auch wenn man beim Kicker wieder durchschaut, diesen Live-Ticker, da markieren sie immer ganz schön die Tore. Chancen werden markiert, dass man sie schneller findet. Da war aber halt Real Talk nix in der zweiten Halbzeit. Weder von Freiburg noch von uns war irgendwas markiert. Freiburg konnte natürlich ein paar Konter laufen. Aber von uns kam wirklich nichts. Freiburg konnte das Spiel runterspielen. Es kam wenig bis nichts offensiv von uns. Dinos musste auch noch verletzt raus. Die erste Diagnose ist eine Beckenprellung. Ist aber nichts offiziell vom Verein kommuniziert worden. Dann natürlich die Frage, weil Ito kam rein und hat wirklich ein bockstarkes Spiel gemacht, fand ich, nach Einwechslung. Ob man dann vielleicht wirklich die Debatte nochmal aufmachen kann? Gib doch einfach Kampf ab in diesem Sommer schon. Ito kann das ja scheinbar. Dann machst du ein paar Millionen frei für eben den neuen Stürmer. Ja, keine Ahnung. Da haben wir gerne eure Meinung in die Kommentare lassen. Ja, diese große Frage für mich sind die wenigen Einwechslungen. Ich weiß, man hat diese drei Einwechsel-Slots, hat man verbraucht. Eben alles Einzelwechsel. Die Davi, Milo und auch Ito, alles Einzelwechsel. Die Davi, Milo, auch beide leider wirklich nix gewesen, ohne jetzt irgendwie denen zu nahe treten zu wollen. Aber es war wirklich, ja, nicht hilfende, nicht groß hilfende Einwechslung in gestern. Ja, entschuldigt es aber nicht und nimmt auch Rino für mich nicht aus der Pflicht, dass du einfach auch mal einen Cody Bali dazubringst, einen Tommy dazubringst, mal einen Doppelwechsel eben machst, wenn du eben schon diese drei Stück so aufbrauchst. Nehmt ihn nicht raus, dass er einfach mal in einem von diesen drei Slots mehr als nur einen einwechselt. Ich hatte irgendwie und habe immer noch nicht ganz das Gefühl, dass da gestern alles gegeben wurde. Weder auf dem Platz noch neben dem Platz, als wäre man nicht mehr ganz auf das 3-3-Gang. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das mutlos war mit wenig Einwechslung oder ob man wirklich einfach machtlos war. Der zweite mit machtlos wäre ein bisschen drastischer. So weit will ich gar nicht gehen. Da gerne mal eure Meinung in den Kommentaren. Ich ring da ein bisschen mit mir, ob ich das Ding gestern komplett abnehme. Da kam mir irgendwie zu wenig, wie gesagt. Am Ende einfach der typische Freiburg-Sieg schlägt hin. Wir würden ja auch letzte Saison schon zweimal hinnehmen mussten. Zwei Niederlagen gegen Freiburg und auch Streich hat nach dem Spiel gesagt, Drei Siege jetzt gegen VfB, aber immer die Glücklicheren gewesen, weil das heute ist auch auf dem Papier und überall hättest du es eigentlich normalerweise unschienen spielen können und dürfen. Aber gegen Freiburg machst du es halt einfach nicht. Damit jetzt für Freiburg der beste Bundesliga-Saison-Stadt der Vereinsgeschichte. Sieben Punkte nach drei Spielen. Damit stand jetzt hier Sonntagfrüh, wie ich es aufnehme, oder Sonntagmittags, wie ich es hier aufnehme, auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle. Wir eben mit drei Punkten auf Platz zwölf. Jetzt erstmal eine andere Spielpause, danach dürfen wir nach Frankfurt, dann kommt Leverkusen zu uns nach Hause und dann dürfen wir nach Bochum. Für Freiburg sieht es wie folgt aus. Es geht gegen Köln, dann nach Mainz und dann zu Hause gegen Augsburg. Fazit für mich, so nach den drei Spielen, ist natürlich das Verletzungspech. Also deswegen, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht mehr gegangen wäre gestern und noch ein bisschen mehr hätte machen können. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, was da gerade für ein Kader auf dem Blatt steht. Trotzdem hätten wir gerne noch einen Punkt mehr mitgenommen. Der Sieg gegen Fürth, der war glaube ich schon mehr oder minder eingeplant. Den darfst du auch einplanen. Gut, verlieren gegen Leipzig auch, aber gegen Freiburg hätte es schon gerne einen Punkt sein dürfen, zu Hause mindestens. Dann geht es wieder ans Voting im Community-Tab. Ihr wisst Bescheid, auch wie generell zu allem, Meinungen in den Kommentaren. Wenn ihr da wen anders hättet aufgestellt, ich habe wieder drei Stück gewählt, einen Posten bekommen, Tamali, Al-Gadoui. Auch wenn er lange kaltgestellt war, hinten von Lienhardt und von Schlotterbeck. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, seinen Job gemacht. Der hat eine Vorlage und ein Tor geliefert. Sowas willst du großartig mehr. Danach, ganz klar, Ito. Ich habe mir vorhin schon gelobt nach der Einwechslung. Klar, war nur eine halbe Stunde drauf, aber gerade auch, wenn man sich die Gegentore anguckt und eben die anderen Leistungen in der Verteidigung anguckt, war es sehr erfrischend, was der Ito da gespielt hat. Deswegen ist er mit drin. Und auch, wäre vielleicht ein bisschen überraschend, wahrscheinlich hättet ihr irgendwem anders vielleicht den dritten Posten gegeben, aber ich gebe ihm auch mal Klimovic. Er hatte wieder eine gute Aktion, kam in gute Positionen. Also es ist das typische Klimovic-Spiel leider. Er kommt bis zum Tor, ist das top. Teilweise wirklich sehr, sehr schön, aber diese Abschlussschwäche ist leider wirklich immer noch extrem immens. Dann kommen wir noch zu den Tweets. Ja, zum dritten Mal hintereinander in der Liga gegen Freiburg Besser und aufgrund eigener Unzündlichkeiten verloren. Langsam reicht es, aber die Moral stimmt. Ja, kann ich, glaube ich, wirklich so eins zu eins unterschreiben. Auch sehr schön. Missend hat es so ein King, rennt auf den Platz, klatscht jeden Spieler ab und schnauzt den Schiedsrichter an. Wir wollen Identifikation, wir bekommen Identifikation. Auch genau so, habe ich es auf dem Stadion gesehen, öfter mal runter, wie der Missend hat da wieder abgegangen ist. Bei jeder Entscheidung gab es ja durchaus ein paar vom Schiedsrichter, auch wenn der jetzt nicht irgendwie spielentscheidend war. Also soweit will ich überhaupt nicht gehen. Trotzdem, Missend hat königlich wieder unten, immer wieder abgeht am Spielfeldrand. Und auch sehr interessant, auch eben auch passend zum Stadion. Nochmal der letzte Tweet. Da legen wir gestern verdient mit 0-3 gegen Freiburg zurück und im Stadion pfeift kein einziger VfB-Fan gegen seine Mannschaft. Das war stark und zeigt, dass das Umfeld die Situation richtig einschätzen kann und den sportlichen Verantwortlichen vertraut. Das macht mich stolz. Fand ich auch sehr schön, weil es sogar ausverkauft, die Hütte gestern 25.000. Auch wenn ich zugegebenermaßen die Stimmung einen Ticken besser erwartet hätte. Aber gut, da war halt auch vor allem bis zu 0-3 nicht so viel, wo dann viel kam von den Fans. Da war schon ein bisschen Ruhe. Wie gesagt, keine Pfiffe, aber schon ein bisschen Ruhe. Und war natürlich einfach auch nicht vergleichbar mit dem 5-1 gegen 4-2 auch von der Atmosphäre. Und dann war es das von diesem Nachbericht. Jetzt gehen wir erstmal in eine Länderspielpause rein. Später noch, wahrscheinlich gefühlt in einer Stunde oder in zwei Stunden, je nachdem ich schnell diesen Nachbericht hier hochlade, startet ja auch der Stream, Pokalausdruck, mal gucken, wie wir da bekommen. Rostock ist noch in der Verlosung. Wir werden es sehen. Und noch ein kleines Ding quasi von mir aus oder vom Kanal aus. Durchgesagt, wir seht es ja, wir sind kurz davor, wenn ihr Bock habt. Gerade die Stadionaufrufe, da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die gut mal hier noch das Abo dalassen können. Eben auf der Road to 2K quasi. Die 2000 Abonnenten sind gar nicht mehr so weit weg. Wer da Bock drauf hat, gerne supporten. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Restsonntag. Vielleicht sehen wir uns im Stream. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.